So, wir haben Aufnahme. Das ist ein Bild, das heißt Kontakten zum Lebensschutz am Straßenrand, weil viele Katzen und andere Tiere werden leider niedergemäht von unseren Autos. Das ist wirklich Wahnsinn und jetzt liebe Mitmenschen, ich will eine Aktion machen für die Menschen in Syrien, also nachdem diese Explosion da passiert ist, möchte ich dieses Bild von Konstantin Becker, Freiheit heißt, hast du keine Angst haben, war nix und nirgends. Das möchte ich stiften, den Erlös des Bildes. Moment, schau mal. Das ist ein drittes. Moment, hier. So, das da. Die drei Bilder sollen nebeneinander hängen. Ja, liebe Freunde, liebe Menschen, liebe Burghauser, liebe Künstler. Wir müssen uns unterstützen und helfen, da in Syrien, das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Ja, meine Bevölkerung wird schon seit ewigen Zeiten getötet, massakriert von ihren eigenen Leuten. Dann, bumm, jetzt die Explosionen, bumm, wie viele hunderttausend Menschen sind obdachlos. Also, das kann ich nicht sagen, da muss ich was tun. Also, dumm, habe ich mich entschlossen, dass ich den Erlös des Verkaufes dieses Bildes stifte. Und es wäre schön, wenn unser Herr Bürgermeister Florian Schneider mir hilft, dass wir das jetzt im Start selber aufhängen. Also, hängen wir es mal auf. Ich gebe es als Leihgabe heran und das Bild soll dann im Rahmen einer großen Aktion versteigert werden. Und ich fordere und bitte euch alle, auf die ihr mir jetzt zuschaut, spendet ein Kunstwerk. Und dass wir was zusammenbringen, gell. Ja, wir haben nämlich schon einmal vor 20 Jahren oder was ein Dorf in Indien so diese Aktion gemacht. Und da ist es uns gelungen, dass ein Haus gebaut werden konnte in Indien so. Und in Syrien haben wir alles auf, auf spendet und wir machen zusammen, all we need is love. Alles, was wir brauchen, ist Liebe.